Musik Was geht Leute? Hallo, 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 hallo Leute Ey, ey, was geht ab Alter? Na ihr, ihr kleinen Süßen Alles gut bei euch? Ich hoffe euch geht's gut Leute Und ihr habt alle einen extrem nicen Tag, das hoffe ich doch auf jeden Fall an der Stelle hier Leute, was geht ab Alter? Was geht ab, was geht ab, was geht ab, so, ihr wisst wieder was für eine Zeit ist Es ist natürlich wieder Zeit für, wieso ist mein Arm so abgeschnitten Alter? Hallo, 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 hallo Moment mal Leute, muss ich ganz kurz, das geht natürlich so nicht, das können wir natürlich jetzt so hier nicht lassen Da muss ich auf jeden Fall nochmal dann überarbeiten, so Ja, damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat So, jetzt setze ich noch ganz kurz die Facecam ein kleines Stück nach unten So, ja und jetzt läuft der Hase schon, Leute, sehr schön, was geht an diesen wunderschönen Tage, meine Freunde, was geht, hallo Ähm, im roten Ferrari, meine Freunde, ihr wisst wie es läuft Ähm, folgendes, also, ich hab keine Ahnung, meine Freunde Ich würde sagen, wir checken das mal ganz kurz aus, also, was wir machen Alles, alles, was an Werbung kommt, kommt nicht von mir, sondern von Twitch Danke dafür, nur, dass ihr es wisst Ähm, Leute, da kann ich an der Stelle nichts für, ich glaub, wir sollten mal einen Comment dafür einbauen Der immer dann kommt, wenn ich Werbung geschaltet bekomme auf Twitch Ich habe leider einen Vertrag, der besagt, dass ich diese Werbung schalten muss, ja Kann ich jetzt so nie ändern Leute, ähm, natürlich stellt euch die mehr als der Ferrari Ja, ist so, Bruder, ist so, ist so, ist so Leider noch keine Antwort von Dom erhalten Leute Ähm, beziehungsweise, äh Ah, warte mal, Moment mal Oh, warte mal Oh, 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 oh Okay, ähm Ähm, da, 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 da Ähm Äh, dazwischen zu hängen. Einer, einem deiner vergangenen Streams hat nämlich gerade heute früh es ist. Oh, Leute. Das ist dreist. Ich hab gerade, ich hab gerade eine Antwort von Dom erhalten, Leute. Oh. Okay, das ist, das ist, das ist, das ist dreist. Einer deiner Zocker, okay, das ist mega dreist, Alter. Irgendwer einem deiner Fortnite-Zockerpartners, einem deiner vergangenen Streams hat nämlich heute früh gerade mit uns finanziert, sodass es Sinn macht, etwas teilt, dazwischen. Okay, das ist mega, das ist mega, das ist ultra dreist, Leute. Irgendwer, irgendwer, äh, mit dem ich schon gespielt hab, scheinbar, hat sich einfach über meinen Stream diese, die Kontaktdaten zu dieser Domme, ihr kennt Domme alle hier von, ähm, Family Stories, Domme, ihr kennt sie alle, Domme, Tante Mariani, ihr kennt alle Domme, das hier ist Domme, Leute. Ähm, und irgendwer anders ist einfach hingegangen, ich weiß nicht genau, wer es ist, ich werd's noch erfragen, und hat quasi durch meinen Stream einfach die Adresse abgesnackt von ihr und hat, ist mir jetzt so vorgekommen und macht das Interview jetzt vor mir. Das find ich mega asozial. Find ich ja mega asozial, Alter. Kurze, kurze Frage. Hey, klar, Moment, ich schreibe mal ganz mal zurück. Klar. Melde mich gleich umgehend nach dem Stream. Wer hat sich denn da gemeldet? So, das würde ich jetzt einfach mal gerne wissen. Das ist ja mega dreist einfach. Das ist ja ultra, das ist ultra lächerlich. Das ist richtig, richtig läppsch, Leute. Da ist einfach jemand hingegangen. Also, guck mal. Ich hab die Sachen, ich hab die, die Kontaktdaten von ihr rausgesucht, quasi. Und irgendwer ist einfach hingegangen und hat sich dann einfach quasi dazwischen geschaltet und hat gemeint so, Joa, bevor Rewi das jetzt macht, mach ich das lieber. Hä? Also, sorry. Find ich halt find ich halt ultra find ich halt ultra asozial. Kein Plan. Kein Plan. Wer auch immer das ist, Alter, der hat auf jeden Fall absolut verdient, die Ehre genommen zu bekommen, Alter. Bin mal gespannt, ob sie mir jetzt ähm ob sie mir jetzt antwortet. Ich äh werd sie gleich mal ähm bei WhatsApp, glaub ich, anschreiben. Ich hab ihre Nummer nämlich bekommen. Okay. Äh, das war bestimmt der Game Master. Naja, keine Ahnung. Also, find ich persönlich, find ich, find ich persönlich, muss ich sagen, echt uncool so, wisst ihr? Weil, also, nicht, dass ich jetzt so der Erste sein wollte, aber I don't know, Alter. Das ist schon das ist schon irgendwie echt ein Pfarrerbeigeschmack. Also, die Person, die, also, pass auf. Ich, 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 ich erklär's euch mal ganz kurz. Ich hab Kontakt zu dieser Domme im letzten Stream hier aufgebaut, äh, weil ich hier, das hier ist Domme, ihr kennt alle Domme von Family Stories, Leute. Und, ähm, bin hingegangen und hab gesagt, ey, lass doch mal wieder ein Interview machen. Das muss irgendwie auf Twitch mitbekommen haben und hat sich quasi dann dazwischen gesnackt irgendwie, also wirklich dazwischen gesnackt, wisst ihr? Und jetzt das Interview vor, vorzuziehen. Ich weiß nicht genau, also, sie schreibt auf jeden Fall einer meiner Zockerpartner, mit dem ich schon mal gestreamt hab zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es ist. Ähm, keine Ahnung, ähm, ja, okay, krass. Also, äh, warte mal, welche Fragen da noch zu stellen sind, welche eben schon beantwortet worden sind. Ja, genau. Das hat das Ding, ob das überhaupt, ob das überhaupt, äh, ob das überhaupt sinnig ist, Leute. Ähm, Concrafter war das vielleicht. Warte mal, Leute. Ich muss, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz jetzt hier, ich muss mal ganz kurz ein bisschen, bisschen Forschung jetzt hier betreiben. Ich mach das jetzt mal on-stream. Ich rufe jetzt mal ganz kurz Luca an, Digga. Ah, fuck, ich hab ja, Digga, ich hab ja, ähm, ich hab ja ein anderes Handy gerade, ich hab seine Nummer gerade gar nicht. Damn, okay, wie krieg ich das jetzt hin? Ja, ist halt, also, das ist jetzt schon echt dreist. Warte mal ganz kurz. Luca. Ich schreibe immer ganz so so bei Instagram. Jetzt ruft mich hier irgendein anderer Mensch an, den ich gar nicht kenne, Alter. Wisst ihr, wisst ihr, wer das gewesen sein könnte? Micky? Glaub ich nicht, oder? Ja, Luca, gib mir mal bitte ganz kurz deine Nummer. Ich hab auf jeden Fall gerade ein anderes Handy. Ich muss sie mal ganz so was fragen, Bruder. Also, das war das Ding. Ich fänd's halt mega scheiße, weil ich das halt für den Podcast tatsächlich geplant hatte eigentlich, dass ich mit ihr was mache. Ähm, ich fänd's halt mega, mega, mega wack einfach. Ich fänd's einfach mega wack, wenn sich das jetzt jemand dazwischen gesnackt hat, aber okay. Keine Ahnung. Carion, was geht Carion, Digga? Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer es gewesen ist, Alter. Mit wem hab ich denn die letzten Male zusammen gestreamt? Ich weiß es nämlich nicht. Äh. Dom, Dom, Alter. Ich weiß nicht, ob's Concrafter war. Hahaha. Okay. Ist egal, ist egal, ist egal, Leute. Ich warte es einfach mal ab. Ähm, wer das jetzt gewesen ist. Das wäre natürlich, das wäre natürlich echt ehrenlos. Also, der Kerl auf jeden Fall, der Kerl, der kann auf jeden Fall eine öffentliche Abreibung von mir verpasst bekommen. Das ist auf jeden Fall ganz klar. So, Subjet wieder aus. Leute, Concrafter, der feiert Doma. Ja, aber meiner Morse, nein, 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 nein. Das nicht, das nicht. Ich warte es einfach mal, ob Luca sich jetzt kurz meldet, Digga. kein Plan, Mann, kein Plan. Okay, wie heißt der Podcast? Okay, warte mal ganz, also, ganz kurz. Ich erkläre ich jetzt mal ganz kurz, machen wir mal kurz Musik an, Leute. Ähm, passt auf, ich hab, ich hab mir ein paar Gedanken gemacht, ich hab mir ein paar Gedanken gemacht, okay, was meine Streams angeht. Ich bin nämlich momentan mit meinen Streams nur so halb zufrieden, denn, ich, äh, habe mir ein komplettes Stream-Konzept aufgeschrieben, was ich jetzt nicht zeigen werd. Ich hab mir ein komplettes Stream-Konzept aufgeschrieben, meine Freunde, und, ähm, da ist ein Teil, ein Podcast, der jeden Samstag stattfinden soll. Das Ganze wird so Mitte April anfangen, oder sowas, aber mehr will ich jetzt gar nicht erzählen. Jedenfalls hätte ich Doma gerne als einen meiner ersten Gäste dabei gehabt. Ähm, aber, okay, gut. Also ist schade, ist schade drum, ist schade drum, aber ist egal, Leute. Äh, ich erklär euch, ich erklär euch das Ganze eine Woche, bevor es mit dem neuen Streamingplan losgeht, okay? Ich erklär euch dann ganz genau. Revi M, küsst dein Auge, Dankeschön. Ehre, Alter, Ehre. Gut, Leute, ähm, Musik und DJ, wir werden auch demnächst live auflegen. Ich küsse eure Augen, wird passieren. So. Tolerant ist, und das ist kein, kein, äh, Frau Ostermann ist heute leider nicht dabei. Du musst ja nicht immer so viel reden, Bisschen weniger, okay. Ist, Toleranz ist wichtig, ja, ja, auf jeden Fall. An welcher Stelle wird es einem denn in der heutigen Gesellschaft schwer gemacht, eine multikulturelle Beziehung zu führen? Ja, die Eltern. Ja, so, das ist auch ein Aspekt, dass die Eltern, hübsche Babys reichen Georg nicht, Digga, der hat ganz andere Ansätze. Die traditionellen, äh, ja, ist schon alles verallt. Ja, ja, das stimmt, das ist die Liebe zum Detail. Georg hat hier ein Buch, sie hat ihr ihr iPhone liegen. Das ist auf jeden Fall absolut nice. Genau. Wie sind deine Eltern, Naila? Also die sind ein bisschen streng, deswegen, ich weiß nicht, ist schon, Freunde und so, ist schon schwierig bei mir. Aber ich mach heimlich. Georg, was sagst du dazu, dass die Eltern so streng sind? Also das ist, ich würde sagen, lieber, dass sie es erlauben, als wenn sie es heimlich macht, weil sie macht es dann so oder so. Oder wie, was? Nee. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ja, ich finde eigentlich, also, sie müssen das nicht erlauben, ne? Aber es wäre doch nett, wenn sie es erlauben würden. Ja, aber wenn nicht, ist ja auch egal, oder? Dass man toleranter sein sollte und auch es akzeptieren sollte, wenn sich zwei super verstehen, die jetzt zum Beispiel nicht... Ich verstehe gar nicht mehr, was du laberst. Hör aufzuregen. Ja, ist wichtig. Ist gut. Ja, es würde mich super freuen, wenn ihr... Du fängst schon richtig falsch an, so machen die sowieso nicht mit. Also Leute, wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben und abonniert für mehr, für eure Folgen. Damit ihr dann auch auf dem neuesten Stand... Georg jetzt. Georg, Bruder. Guck mal, wie oft sie sich gerade Georg angefasst hat, Alter. Da läuft doch was. Leute, ich schwöre, in der nächsten Folge, Alter, Georg kommt zum Schuss, Alter. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall.